hallo liebe freunde der gepflegten unterhaltung und danke fürs einschalten bei eurem schule zum nächsten part horizon zero dawn the frozen wilds und ich fordere jetzt mal aratak heraus gucken was das wird ich lass mich überraschen mein volk erzählt sich über deine taten viele geschichten du scheinst besonderes interesse an unserem flächen schnee zu haben fremde ja und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können du forderst mich für den werak das ist wohl ein witz es ist kein witz aratak ich verstehe sie handelt als deine hand und mit deiner unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen du enttäuschst mich sehr schwester du hast mich vom donnerkampf ferngehalten bruder bruder und schwester das ist etwas komplizierter als ich dachte nein ganz einfach du triffst mich bei den frostfingern dann bereite ich diesen rohn ein ende ich schulde dir wohl eine erklärung das wäre geil ich glaube das tust du warum hast du nicht erzählt dass du arataks schwester bist ich dachte das wäre nicht nötig dass aratak es einer fremden gegenüber erwähnt hat er muss sehr wütend sein ich komme nicht so gut zurecht mit menschen ich bevorzuge eher geister stimmen oder mich selbst ich wollte nicht dass du unsere reise als irgendeine art familienzank siehst sie ist viel bedeutender als das mhm mutig das muss ich dir lassen den eigenen bruder anfechten er gab mir keine wahl er denkt ich bin ein kind das bei der jagd abgeschoben wird er würde mir mein schicksal verwehren und dennoch wusste ein teil von mir dass er mir vergeben würde am ende das tut er immer familiendrama beiseite wie soll diese herausforderung aussehen du und aratak werden maschinen bei den frostfingern jagen der schnellste wird der sieger sein es wird nicht einfach nichts hieran war es bisher wenn wir uns am startpunkt treffen erzähle ich mehr am fuß der hügel ist es einfacher zu erklären mhm na chapeau dann riskiere ich mal mein leben um eine banuk jagdgruppe anzuführen das wollte ich schon immer ich hoffe ich komme so wo muss ich denn hier lang und wohin nach da so dann schnell reise nach dorten hm ah ganz vorübergehend maschinen aus dem kampf nehmen indem du den seilwerfer verwendest und sie festbindest sie bleiben für längere zeit bewegungsunfähig reißen sich aber los wenn sie erheblichen schaden erleiden du kannst die aufgabe erstellen funktion nutzen um bestimmte rohstoffe zu finden die zum herstellen oder für einkäufe im laden erforderlich sind mhm so echt jetzt komm runter Mistviecher Mistviecher du komm hoch da Eloi Mann so dann folgen wir mal dem weg mitten ins schneegestöber die frostfinger die frostfinger aratak und urea müssen hier sein rede mit urea mhm das werde ich so hm hm fremde ich bestritt viele solcher herausforderungen ohne furcht aber diese ist töricht du bist keine banuk du begreifst nicht welche verantwortung ich habe ich bitte dich von jäger zu jäger tu es nicht aratak lässt du uns zum donnerkamm gehen du hast nicht gesehen was dort ist fremde ich riskiere nicht noch einmal das leben meiner schwester dann sollten wir weitermachen so sei es ich begrabe deinen dreisten anspruch in der eisigen er es reicht fangen wir an zu jagen zu streben dies ist der weg der banuk und des kampfes der vor euch liegt du erklärt dass die frostfinger von osten aratak von westen beide pfade führen durch die tödlichen maschinen jäger des weraks stehen am weg entlang bereit sie werden euch rufen und maschinen zum erlegen zuweisen eure jagd führt euch um den berg herum zum zentrum und dann ins tal wo ihr eure finale beute erlegt immer dann wenn eure beute erlegt ist müsst ihr ein solches signal senden damit alle euren fortschritt sehen maschinen töten ballon senden ok also wer den dritten ballon zuerst steigen lässt siegt nun ja aber für dich wird der weg zum sieg schwieriger kommt nur eins deiner signale später als arataks siegt er hehehe du hattest deine chance fremde du ebenfalls die jagd beginnt auf mein zeichen los gut ich muss auf diesen berg na zaubach es gibt mehrere wege nach oben die felsmalereien weisen den weg aha na den dann wollen wir hier mal lang so hier lang zack komm Aloy lauf oder kletter da los oh fuck nun weg da wohin so da lang da geht's hoch da geht's hoch ok 100 hundert komm schon Aloy die zeit läuft ich bin auf dem richtigen weg und spring da da hier geht's hoch hier geht's weiter ei 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 hier nach links da hoch ok fast an der spitze also gut jägerin du musst die herde dort ausschalten jede maschine die herde die herde ok das schaffe ich soo fuck oh god da ist ja noch so ein Vieh fuck 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 weg mit dir weg mit dir da weg da du auch Weg zeig wenn du ihnen in die herde kümmern kannst so hier zu euch ist aber schluss und auf zum ballon okay dann mal los jetzt kletter hoch und starte den ballon ist ja wie ich hier meine fresse haben sich echt weit einfallen lassen keine zeit zu verlieren in die abseil stelle zur nächsten prüfung ok mache ich zwei brüllrücken voraus hol sie dir ignoriert die anderen maschinen so wo sind sie denn ja ich nur die andere maschine mit sich verarschen das ist ein sägezahn alter aber den könnte ich ja vielleicht überbrücken so ok fuck ja 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 ich sehe nix wo ist er du bist erstmal weg ja super Nummer eins. Okay, komm. Frischer Treffer, zack. Fix-Wichter. Okay, Schicke, da bist du nicht mehr aufgeladen. Komm, gleich habe ich dich. Rufe 54, yeah. Den lassen wir. Du hast eine Rupe. Alter. Alter, du Mistvieh. Lass mich in Ruhe. Ich will doch gar nichts von dir. Drecksägezahn. Ja, gut. Gut. Oh. Oh, zack. Hier runter. Abseilen. Komm, Aloy. Schwing mal den Hintern. Oh, ich bin ja mal gespannt, was das ist, ey. Wahrscheinlich ein Sturmvogel. Natürlich der Super-GAU. Ach, du Scheiße. So eine Frostklaue, oder wie die heißt. Zwei. Zwei. Drei. Wow. Wow. Echt. So, frisst das in deinen metallenen Hintern. Oh, okay. Vorhin stehen ist eine Scheißidee. Jetzt muss ich jetzt mal wieder hoch. Unter ihn. Oh, schön. Einlauf mit dem Speer hier. Oh, fuck. Alter, misch dich doch da nicht ein. Du Mistvieh. Oh. 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 So, Nummer eins. Alter, wie viele Angriffe fährt der denn? So, gegen was bist du denn vorher? Ja, hilfst du denn mal gar nicht. So, jetzt brennt er endlich. Oh, ich weiß doch. Oh, fuck. Okay. Okay. Oh, wo ist der denn, ey? Wie viele Angriffe führt der denn aus? Oh, hier hast du wieder deinen Einlauf. Alter, jetzt fall um. So, Moment, jetzt erstmal Modifikation, zack. Hier welche Schrottensache ich jetzt mal. Zack, zack. So. Oh, fuck, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. So. So, den erstmal plündern. Und jetzt, ja, was machen wir mit dir? Mal da. Lässt mich in Ruhe. Alter. So, schön da draufballern. Oh, was denn jetzt? Alter, was? Am Arsch, du. Oh, was denn jetzt das? Äestro. Tag. Du kommst du ainda? Which is? Rats. So, ich mich denke. Alter. Wow. Geh weg. Oh, baut's. So. Oh. Es stimmt also. Frostklauen. Vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben. Siegen. Was sonst zählt? Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling. Und ich. Es steht mir nicht zu. Doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und... ...meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager. Es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Ei, 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 ei. Junge, Junge. War das ein Wanderbiest da. Mistviecher. Ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Auf zur Langkerbe. Jetzt trennt mich nichts mehr vom Donnerkamm. Okay. Neue Nebenquest. Firebreak. Aha. Stufe 50. Ja. Natürlich doch. Okay. Da ist noch ein Kontrollturm. Stufe 35. Den machen wir auf jeden Fall noch. Das ist Langkerbe. Ich habe es mir ja fast gedacht. Ich habe es ja zu Anfang irgendwann mal gesagt, weil das hier noch im Nebel liegt. Aber. Erst will ich, vorher will ich definitiv noch wissen, was das hier oben ist. Hm. Dann überlege ich gerade. Ach genau, hier der Kontrollturm ist noch. Frostklauenort. Blabla. Okay. Dann. Würde ich sagen. Obwohl. Ne. Muss ja nicht jetzt sein. Das ist wieder schnell Reise. Ach siehst du. Und Graufang. Da muss ich ja auch noch weitermachen. Hm. Okay. Dann gucken wir mal, was ich jetzt im nächsten Part mache. Ähm. Ich glaube, ich werde doch eventuell schon nach Landkerbe gehen, aber noch nicht hier in das Gebiet vorstoßen. Mal gucken. Und auf jeden Fall erstmal hier so ein paar Nebenaufgaben noch erfüllen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollte, wie es mit der Story weitergeht, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr immer eine schöne Benachrichtigung bekommt, wenn ich entweder A ein Video hochlade oder B meinen Livestream starte. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschö.